Warum habe ich diesen... Egal. Ähm, und... Dann... Gut. Äh, muss man halt den Boss killen. Jo, ich warte jetzt mal auf dich. Wat? Ich warte mal auf dich. Genau. Und wenn wir dann den Boss gekillt haben, dann droppt der Krimtane Ore. Und mit dem Krimtane Ore ist das wichtigste, was man zuerst machen muss, eine Spitzhacke bauen, damit man die Blöcke abbauen kann. So, ich dachte eine Tür. Hä? Ja. Ähm. Und dann halt alle möglichen Sachen. Da gibt es halt eine richtig geile Rüstung aus Krimtane und alle mögliche Ausrüstungsgegenstände halt. Geil. Wie halt Schwert, Spitzhacke, es gibt Axt, also eigentlich alles mögliche. Ja. Wird ja nicht sterben. Gut. Mhm. Also ein Slime sterben. Ja. Und... Dann... Warte mal... Die Frage, kann man da unten ein Haus bauen? Weil das eigentlich... Na, ich versuch's einfach mal. Ähm. Und dann sind wir halt so gesehen auf dem nächsten Level von Ausrüstung. Gut, dass ich mich da so gut aufkenne. Ja. Mach mal nicht dein Ding ins. Fuck. Oh Gott, ist das scheiße. Alter! Der beste Stab, den ich sonst immer hatte, also der Platin mit Jam verbunden. Der Stab ist halt... Der kann sogar... Der schießt schneller, ist stärker und schießt durch die Gegner durch. Das heißt, er trifft auch mehrere. Ja, hier ist richtig scheiße, der Stab. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Okay. So, leuchte mal aus hier bitte. Ich setz hier extra die Teile so... ... in Abstand, weil sie sonst verschwendet werden, weil man halt trotzdem drüber laufen kann. Ja. Das klappt noch nicht immer mit dem Platz hier, also gut. Ich mache grad epische Kämpfe. Ja, ja. Uah. Jetzt haben wir erst mal ein bisschen Halt. Und jetzt... Jetzt kann man zum Beispiel schon mal hier lang... ... in den Eingang. Ähm. Was machst du? Nix. Willst du kommen? Ich bin schon da. Hä? Du bist geläftet. Du? Lost Connection. Bleib bei mir. Wend. Okay, dann leuchte ich hier ein bisschen aus. Warte mal, ich bin da. Ja. Mal kurz was. Gut, das kann man... Dumm, 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 ey. Ich glaube das dauert ein kleines bisschen. Mein Internet will grad nicht mehr so. Achso. Na, das wär toll. Connecting to... Blablabla. Muss ich den schwarzen Balken drüber machen. So. Wenn da steht Connecting to, dann wird das meistens nichts. Oh Mann. Versuch's nochmal. Ob du auch alles richtig eingegeben hast und so. Ah, Passwort. Natürlich kommt auch ein schwarzer Balken drüber. So. Oh nee. Ja, wenn du neu joinst, bist du immer am spawnen. Das ist... Leck mich. Ja. Du wolltest was. Du wolltest was. Machen. Du kannst nur zwei Sterne einsammeln. Bam. Aber das ist halt auch so ne Sache, wo ich äh sage, es ist halt... Viele Leute würden wahrscheinlich sowas cutten. Machen wir nicht. Äh, weil durch ein... Ein ganz... Ein ganz... Ein ganz... Äh, klassisches Let's Play ist, wo wir auch wirklich alles versuchen zu zeigen. Natürlich. Stimmt's? Ja. Vier Sterne habe ich jetzt schon eingesammelt. Ja. Ne, natürlich. Also. Wir versuchen nichts zu cutten hier bei dem Let's Play. Boah. Scheiße. Ja. Ja, weil das gehört halt auch einfach dazu. Ha. Das ist einfach so. Ich hab ne Heart Shackle. Was? Shackle? Hä? Was für ein Heart? Ach, ach so. Das ist nur der Punkt Set. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Ja. Kannst du das? Ich find's grad nicht, wo das ist. Ähm. Okay. Hier kommen eindeutig zu viele Spinnen. Ich kann hier nichts spawnen. Das ist echt scheiße. Komm gleich. Ich bin gleich da. Lass mal kurz in deinen Team joinen. Fällt mir grad so auf. Jetzt. Ähm. Alter. Wie viele Sterne hier sind. Ja. Sammel die auf. Ist gut. Jaja. Ich hab schon sieben Stück. Eingesammelt. Gerade eben alles. Ich bin kurz vorm Sterben. Ja. Ich sehe echt zwölf. Dann hab ich acht Stück. Oder war was. Hm. Bitte nicht sterben. Bitte nicht. Ich möchte nicht, dass du da bleibst. Ich bin voll konzentriert hier und versuche nicht zu sterben. Jaja. Gut. Aber es ist irgendwie extremer als ich es in Erinnerung habe. Ja. Die Welt hat sich verändert. Eigentlich nicht. Also Terrarium hat sich verändert. Eigentlich nicht. Eigentlich. Keine Veränderung davon. Alter. Drei Stellen nebeneinander. Ja. Geil. Und jetzt so langsam. Boss. 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 Aber... Alter, wie viele? Alter, so viele Sterne. So, ich bin jetzt endlich da. Ich hab 13 Sterne. Ich bin kurz vorm Sterben. Nein. Nein. Ich komme. Ich komme. Du bist nicht kurz vorm Sterben. Äh, doch. Nein. Hör auf damit. Aus. ach sitz ja ich höre deinen dann beschütz mich mal kurz ich muss Nase putzen schon wieder geh einfach ganz in die Ecke rechts geh einfach ganz in die Ecke rechts oder so nie in eine blöde Ecke äh ja stimmt ich geh mal einfach hier hinten rein das ist wahrscheinlich sinnvoller ja dann können wir auch einfach mal hier schon dann was machen du verteidigst einfach den Gang ok dann bis gleich gut dann ist der Typ am Nase putzen und ich kämpfe hier um mein Leben ja boomeran action glaube ich besser weil das macht mehr Knockback ja so jetzt kommen sie nicht mehr hier diese Feiglinge was eine Erleuchterung ey ach da hast du dich gemutet die wollten das hören ja 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 wie du deine Rotze aus der Nase presst so jetzt komm mal her ähm jo sagst du so leicht ja ja äh gut wenn der Herr zu inkompetent ist ok jetzt halt die Schnauze du bist doch gestorben du wolltest doch immer mit Bomben rumspielen ja gut erst mal nur eine damit du nicht zu viel anstellst so jetzt wirf die einfach hier nach links wegrollen ach das hat nicht gereicht aber vielleicht kann man das Herz von hier schon abbauen nein kann man nicht toll äh warte dann muss ich jetzt vorsichtig aufpassen dass ich auch noch rauskomme ähm mach ich das am besten so gut aber da rollt die drüber oder ah toll jetzt bin ich dumm das war dumm wie kann ich die durch so ein ein dickes Loch werfen nein die steht da weg alter ja warte ach komm weißt du ganz ehrlich scheiß drauf alter ach ganz toll das hat uns nichts gebracht weil die Blöcke da nicht weggegangen sind ich bin so dumm ach du bist so ein ja das bist du wirklich alter wir machen das ganze ähm da kommt ne Bombe rein WAS WAS GENIUS bombe da endlich so jetzt habe ich das wieder weg und jetzt ich mein fail endlich beglichen habe du meinst deine zehn fails ja jetzt 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 wirds was wetten ich glaube ich ich glaube ich baue so ein fail jetzt wirds was ok sehr schön also ähm für diese folge fail fail kunter kunter einbauen oh das muss man ja mit dem hammer aufbauen das ist immer das erste was man kriegt kriegt ähm von so sachen der der undertaker das hat das ist ein wessler nein zeig's what the fuck ich hab ne tolle kanone da hat die irgendwie nix trifft juhu was ein toller revolver juhu was ein toller revolver äh da sind noch ein herz gerne unten rechts naja hier sind ganz viele herz ok willst du die haben die ist nicht so geil ne ja nimm ja ok äh munition so wow äh ok das ist äh immer das ist immer so das erste item ist immer die kanone nein boah bin ich dumm ich hab mein inventar geöffnet anstatt zu hooken ok ähm sind wir jetzt hier unten machen das gebiet zu unserem hier sind ganz viele herzen das höre ich jetzt einfach willst du willst du die zerstören ne mach du ich kämpfe da bei dir ok dann beschwere dich aber nicht dass du was explodieren lassen wolltest aber egal hoppla nö mal eins es ist es ist toll ist das es ist mach dir so ein bisschen licht es mobft mich spiel mobbt mich mit gutem grund sogar so jetzt hier hier ja äh wo hab ich achso applaus juhu oha naja da kriegst du schon ne da ist irgendwas oder das ist toll ähm ähm ich zeig's dir mal hier ich zeig's dir mal hier was ich bekommen hab was das ist so ein hübsches item was du hier in deine leiste da tun kannst und wenn ich das finden würde ach da hier und da steht ja was ja das plus eins damage ja das plus eins damage ist ja nur so ein preset weil also das ist das grund äh zeug was es wichtigsten ist ist halt steht jetzt dran was es macht kommt es eigentlich ein boss oder so bei zwei herzen knapp drei achso das hast du mal nicht ordentlich zu gehört das ist ja ne das ähm es gibt noch was kann hier eigentlich noch rauskommen es kommt so ein toller zauberstark ja so eine regenwolke die damage macht äh schießt ey komm ne hier ist ganz schön hier ist aber auch ganz schön nein da ist schöner das geht so richtig schön nach unten und ja ich bin jetzt grad hier schon am werkeln oh die tut ok naja das hab ich grad wirklich schön also das meine ich noch viel schöner krass mein herz willst du das item jetzt haben oder soll ich es nehmen komm doch an was es ist ich naja du kannst doch dir durchlesen was es ist achso ne kann ich nicht ach kannst kein englisch ok ne ich seh es ja nicht hä wie du siehst es nicht ja wo ist es ja ne ich kann doch nicht sehen was es ist naja ich hab's dir doch gegeben mir gegeben echt wo ich Vielen Dank.